Wir sollen das vereinfachen. Wir haben hier eine 3 und hier eine 3, aber dummerweise ein Minus. Dieses Minus verhindert vieles. Wir können da nicht richtig loslegen. Hätten wir ein Mal x hoch 3 mal x hoch 2, dann kämmt da x hoch 5 raus. Aber x hoch 3 minus x hoch 2, da geht nichts. Und jetzt sollten wir sehen, dass dieser 90er, dass da irgendwie ein 3er drin steckt. Das zerlegen wir jetzt und hoffen, dass nachher, also einfach so in 10 mal 9 und hoffen, dass es besser wird. 3 hoch n minus 2 minus 3 hoch n. Der 9er ist 3 Quadrat, also 9 mal 3 Quadrat mal 3 hoch n minus 2 minus 3 hoch n. Also auch wenn man den Lösungsweg nicht gleich sieht, mal ein bisschen rumprobieren. Und dann habe ich nämlich jetzt an der Stelle, habe ich genau dieses Mal, das ich da oben hatte. Also ich mache eine Nebenrechnung. 3 Quadrat mal 3 hoch n minus 2 ist 3 hoch 2 plus n minus 2. Vielleicht sogar, das braucht es jetzt nicht, aber da kann man ja eine Klammer machen. Ja und das ist dann 3 hoch n. Ja so. Weil 2 plus n minus 2 ist 3 hoch n und das kann ich dann hier ersetzen. Dann habe ich hier 10 mal 3 hoch n minus 3 hoch n. Und das ist so einfach, dass man es oft nicht sieht. Also wenn ich 10 Äpfel habe minus 1 Äpfel, 10 ä minus 1 ä, dann bekomme ich 9 ä. Okay und das geht hier auch. 10 mal 3 hoch irgendwas minus 1 mal 3 hoch irgendwas, das geht dann. Also hier habe ich jetzt einfach, ist gleich, ist gleich, 9 mal 3 hoch n. Das ist schon schön. Man kann da noch weiterspielen. Das ist wie so ein Gegenstand, den ich weiter zerlege. 9 ist ja wieder 3 Quadrat und hier 3 hoch n und dann wieder die Plusregel. 3 hoch 2 plus n. Und dann bin ich aber wirklich am Ende, dann ist es schön, schön gemacht.